Hallihallo herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen GU Hebeltierbeschlag und das ist so, der lässt sich nicht mehr bewegen. Das heißt also, dieses Teil, was hier ist, das geht nicht mehr rauf und runter. Da habe ich irgendwas zu machen, da drin was weggebrochen ist und das mache ich dann dementsprechend wieder fertig. Das steckt da drin. Das mache ich mir dann und ja, gucken wir gleich mal hin.